Bitte nicht so, so ein Epilepsie-Video wie in der Quali. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bist du Beauty-Star oder wärst du's gern? Deine Haare sagen mir, du bist weit entfernt davon, damit Geld zu verdienen. Denn die Scheiße hat kein Kunde verdient. Bist du Beauty-Star oder wärst du's gern? Deine Haare sagen mir, du bist weit entfernt davon, damit Geld zu verdienen. Denn die Scheiße hat kein Kunde verdient.